Hallo, ich bin Pascal Werlein, Fahrer für Mercedes-Benz. Ich bin Pascal Pinkbeiner und wir sind das Team Mercedes. Ich bin Werner Fischer und wir sind das Team Audi. Hallo, ich bin Maxim Martin, Pilot BMW. Hallo, ich bin Florian Klapperich und wir sind das Team BMW. Wir sind sehr stark, wie ich eben Pascal Werlein gesehen habe, der ist ziemlich gut am Ball. Wir sind gegen eine volle Attacke und ich war mitfiel. Ich bin talentiert wie hell. Deswegen habe ich meinen besten Team-Mate hier mit mir. Ich schätze, Mercedes wird stark sein mit Pascal. Für Audi und BMW reicht es. Ja! Ja! Come on, Edu! Oh! Die Gegner verunsichern hat nichts getracht. Wir haben eine gute Strategie. Wir haben einen zweiten. Das ist okay. Wir haben einen sehr guten Job. Genau so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir haben die Fehler von unseren Gegnern eiskalt ausgenommen. Vielen Dank.